Was erwartet denn die Teilnehmer? Ja, das Spektrum ist weit, es ist groß. Wir fangen an von Reanimationsübungen über onkologische Erkrankungen. Wir erzählen was zu Baucherorten, also Schlagader, Bauch-Schlagader-Operationen. Wir erzählen was zu Alterserkrankungen, wir sagen was zu Diabetes. Also großes, breites Spektrum der gesamten Medizin. Herzlich willkommen zum Asclepius-Talk der Asclepius-Harz-Kliniken. Es geht um die Patientenakademie 2023 und die startet wieder durch. Bis Dezember mit verschiedenen Veranstaltungen. Top-Referenten werden am Start sein. Chefärzte, Oberärzte erklären Medizin kompakt für Laien. Und erstmals im Herzen Goslar's nicht in der Klinik, sondern in der Volksbank Nordharz. Dort im Spiegelsaal und neben mir steht Herr Professor Heiner, unser ärztlicher Direktor. Was erwartet denn die Teilnehmer? Ja, das Spektrum ist weit, es ist groß. Wir fangen an von Reanimationsübungen über onkologische Erkrankungen. Wir erzählen was zu Baucherorten, also Schlagader, Bauch-Schlagader-Operationen. Wir erzählen was zu Alterserkrankungen, wir sagen was zu Diabetes. Also großes, breites Spektrum der gesamten Medizin. Ja, hunderte von Zuschauern kamen in den vergangenen Jahren zu diesen Veranstaltungen vor Corona. Seit 2017 gibt es die Akademie. Was macht denn diese Akademie so besonders? Na, wir verstehen uns als Begleiter der Patienten eben vor, während und nach des Krankenhausaufenthaltes. Wir wollen Erkrankungen nahe bringen an die Bevölkerung, auch sensibilisieren für bestimmte Erkrankungen. Und natürlich damit auch Prävention erreichen, das ist uns ganz wichtig. Und wer ist die Zielgruppe der Patientenakademie? Die Zielgruppe richtet sich an die Gesamtbevölkerung. Also das ist vom Kindergarten bis hin zum hohen Kreisenalter sind eigentlich alle angesprochen. Also gesunde Menschen, Patienten, Angehörige, alle sind einladen, sich zu informieren. Ja, wir sind sehr gespannt und freuen uns über Ihren Besuch. Das Ganze findet statt in der Rosenthorstraße 25, wie gesagt, im Spiegelsaal der Volksbank Nordharz. Das Programm finden Sie auf unserer Webseite zum Download und an ausgesuchten Orten in Goslar. Sie finden es unter www.asklepios.com. Goslar-Unternehmen-Patienten-Akademie. Einfach mal durchscrollen zum Download. Und wir bitten herzlich um eine Anmeldung, jeweils eine Woche vor der Veranstaltung. So sieht das Heftchen dann aus, was Sie runterladen können. Wir freuen uns über Ihren Besuch und bis dann. Wir sehen uns. Wir freuen uns auf Sie.